Sie haben sich also fürs ansparen entschieden meine lieben tipperinnen und tipper und sie wissen es das mag ich besonders gerne ich bin immer fürs ansparen und wenn ich mich kurz rumdrehe und unseren wunderschönen monitor bestaune schöne 11 millionen euro und damit können wir entspannt unsere erste kugel ziehen und das ist heute die fünf erster gewinnrang 11 millionen euro das ist nicht alles was ich heute zu bieten habe der zweite gewinnrang ist wunderschön prall gefüllt mit vier millionen euro und kugel nummer zwei ist die neuen ja das große thema im moment aus aktuellen anders regenbogen farben das ist die farbe der stunde anders kann man das nicht sagen es ist schön dass jeder für sich ein kleines zeichen setzt kugel nummer drei ist die 46 ja und heute ist sowieso alles grund denn heute ist der offizielle tag des pinken flamingos und da geht es vor allem um die farbe pink und was sie alles gutes bewirken kann kugel nummer vier ist die 20 ja also man sagt der farbe nach dass sie richtig kräftig ist und gute inspiration für ganz viel gibt und ganz ehrlich ist mir egal ob pink oder bunt alles was uns inspiration für gute zahlen beschert ist herzlich willkommen kugel nummer fünf ist die 33 ja und werden wir hier so ganz gemütlich unsere lotto zahlen ziehen bereitet sich unsere elf vor für das spiel deutschland gegen ungarn und die fans überlegen wie sie das stadion von innen bunt machen können kugel nummer sechs ist heute die sechs so und hier sind sie auch unsere sechs pracht exemplar unsere pracht kugeln von heute was fehlt natürlich hier zum etwas größeren lotto glück ist unsere superzahl und die ziehen wir jetzt ich drücke noch mal die daumen und sage ziehung frei also auf geht's sie was durch 11 millionen im ersten gewinnrang vier millionen zweiten ich bin sehr gespannt was sie daraus machen ansparen oder raushauen das ist die frage die uns diese superzahl hier beantworten wird und das ist heute die fünf und dann schauen uns alle eben gezogenen zahlen auf unser monitor gemeinsam an hier sind die lotto zahlen sechs aus 49 5 6 9 20 33 46 und die superzahl ist die fünf lotto sechs aus 49 spielen beim original